So, weiter geht's mit einer weiteren Folge der Sturm Graz Karriere. Wir haben hier ein Angebot von der kanadischen Nationalmannschaft. Natürlich nehmen wir die dabei noch nicht an, aber gegen Rabid sollte man ein paar Punkte wieder bringen. Wo ist Marco Anatovic? Den wollen wir ja aufstellen. Statt Jeboa, Lorenz Dankovic statt Affengruber und Lubic statt Leimer. Schauen wir mal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefällt. Und los geht's hier mit mehr Emotionen. Rapid wird es schwierig, das heißt wir müssen mehr den Ball halten und versuchen Charaktor zu halten. Das wird natürlich eine schwierige Option. So, Ballhammer erobert. Vorsichtig agieren ist die Devise. Oder was fährst du bitte auf? Puh, das wär fast in den Sau gegangen. Der war draußen, aber da sieht der Schiedsrichter da anders. Und wieder Sieghandel. Also derzeit spielt nur Rapid. Ja, außer damit. Einfach nur Aussi. Ja, und sonst sind die Zweite da. 0 zu 0 hier. Und Rettungstat von Siemhandel. Wieder Rettungstat von Siemhandel. Der leistet heute besondere, besondere Arbeit. Rettungstat von Siemhandel. Und runtergefangen. Jetzt vielleicht das schnelle Umschaltspiel. 68 Minuten gespielt. Man kann den Ball nicht abspielen schnell genug. 64 Minuten gespielt. 65 Minuten bespielen. 64 Minuten gespielt. 68 Minuten gespielt. Wieder sehr gut abgewehrt. Achtung! 64 Minuten gespielt. Achtung, gut gemacht, es geht nicht in der Runde mit, so, Einspielstation und schauen wir es dann. Die sind sehr gut abgedeckt, sehr gut, 1 zu 0, Sturm mit der Führung und das auswärts, es ist Öhrling Haaland, oder? Ja, es ist wieder Öhrling Haaland. Jetzt habe ich den Ball mitgenommen und dadurch steht es 1 zu 0. Also eigentlich müsste er rapid führen, aber ja, sehr gut frei. Achtung. Sehr schön, sehr schön. Da muss er abziehen. So. Das zeigt er dann sicher ab, ja, 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 ja. 90. Das ist eine Minute. Und das ist der nächste Sieg gegen den Tabellen zweiten Wahnsinnsspiel. Schauen wir uns kurz die Tabelle an. Natürlich nicht diese Tabelle, sondern Wettbewerb auswählen, österreichische Bundesliga. Und wir sind auf Platz 9 vollgebirst, mit 9 Punkten, wie viel Aufstand auf dem zweiten 9 Punkte. Ja, schaut nicht schlecht aus. Jawohl, so schlimm ist es eh nicht. Von dem her sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, grüße.